Wenn du jemandes Liebe nicht bekommst und du das nicht aushalten kannst und du deswegen versuchst, sie von dir zu überzeugen, damit sie dir Liebe schickt, dann hast du A, nicht genügend Selbstliebe, weil du sie unbedingt brauchst, ihre Zuneigung, ihre Bestätigung und B, hast du damit einen ganz, ganz grässlichen Kreislauf in Gang gesetzt, nämlich, dass du immer bei einer Frau abhängig bist von ihrer Reaktion. Und wenn du ein Nein bekommst, dann bricht eine Welt für dich zusammen. Viele von euch haben das Video von mir gesehen, wo ich 53 Frauen nach einem Date frage, auf den Straßen, wie viele Neins habe ich mir da abgeholt und wie viele Neins haben bei mir zu einem kompletten Weltzusammenbruch geführt? Gar keine. Also ich habe mir 52 Neins abgeholt, aber gar keine haben dafür gesorgt, dass meine Welt zusammengebrochen ist und das hat dafür gesorgt, dass dann die 53. Frau, ja, die richtige war in diesem Moment. Und das ist etwas, was die weltbesten Verführer verstehen, dass es nicht darum geht, dass du jede Frau bekommen musst. Genau, bitte, Dominik. Genau. Also das Ding ist ja nicht nur, dass du dir irgendwie die Bestätigung von der Frau dann suchst, sondern auch, also was ja in den meisten Fällen passiert, ist ja, dass Männer Bestätigung von anderen Männern haben wollen. Und das ist so merkwürdig, weil dann solltest du dich mal fragen, in welcher sexuellen Orientierung du eigentlich unterwegs bist, weil die, die, was viele Männer machen ist halt so, sie wollen sich halt mit den hübschesten Frauen schmücken, damit sie von anderen Männern den Status zugesprochen bekommen. So, ja, das ist ein krasser Macker, das ist ein krasser Typ. Wow, der ist einfach auf diese Frau zugegangen und sofort kleben sie an den Lippen zusammen und so weiter. Und sofort gehen die miteinander nach Hause und so weiter. Das ist ja das, was eigentlich abläuft da im Hintergrund. Würdest du das einfach nur aus Selbstliebe machen, auf die Frau zugehen, weil sie dein Herz höher schlagen lässt, dann ist es dir halt auch egal, erstmal wie sie reagiert. Weil du deine Wahrheit aussprechen musst, weil du einfach sagen musst, wow, ich hab dich gerade gesehen, du bist einfach wahnsinnig hinreißend. Und dann kann sie mit der Information machen, was sie möchte, aber du hast es ausgesprochen, du hast deine Energie, deine Liebe verteilt. Und was sie halt dann mit diesem Geschenk macht, ob sie es annimmt oder nicht, ist halt dann ihre Sache. So viele von uns sind uns das ja nicht mal bewusst, wie wir eigentlich diese Bestätigung von außen mehr wollen, als die Beziehung zu dieser tollen Frau. Wie wir eigentlich, wenn wir wirklich tief graben, eigentlich Status möchten. Wir möchten eigentlich, und selbst Männer mit Herz, ich zähle mich dazu, Männer wie dich, die Männer, die hier zu uns kommen, in die Flirte- und Charisma-Analyse, die Männer, die zu uns ins Coaching kommen, das sind Männer mit Herz. Aber auch sie, wenn man tief genug gräbt, haben Angst vor dem Verlust ihres Statuses, vor ihrer Gemeinschaft. Sie haben Angst davor, ihr Gesicht zu verlieren. Das ist tief verankert. Es ist dieses Gefühl von, ich kann keinen Fehler machen. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann sehen die anderen das und ich verliere mein Gesicht. Und unterbewusst steckt da halt diese Programmierung noch von Steinzeit. Dann werde ich aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Dann werde ich sterben. Dann bin ich ein Fremder alleine draußen und werde nicht überleben. Das kann ich mir nicht leisten. Ich darf da auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Aber Zeiten haben sich geändert. Zeiten haben sich geändert. Die meisten von euch, die leben in einer Stadt mit mindestens fünfstelliger Einwohnerzahl. Aber manche nicht. Manche wohnen noch in Dörfern oder Gebieten, wo es halt dreistellige oder vierstellige Einwohnerzahl ist. Okay, aber die Welt hat sich geändert. Und wenn du ausgehst, wenn du zur Stadt fährst, dann fährst du nicht ins Dorf, sondern dann fährst du eben in die Stadt. Das habe ich genauso früher gemacht. Also mein bester Kumpel, der hat super viele Schwierigkeiten gehabt, Frauen kennenzulernen, weil er in einem Caf gewohnt hat, was zwei Stunden von Frankfurt weg war. Und er hat jedes Mal zwei Stunden gebraucht, um nach Frankfurt reinzufahren. Und er hat sich das einfach vorgenommen. Einen kompletten Sommer lang ging er jeden Tag unter der Woche, am Wochenende, jeden Tag in die Stadt. Er hat gesagt, ich will Frauen kennenlernen. Ich will das endlich lernen. Ich will das endlich unter meine Fittiche bekommen. Ist ständig ausgegangen. Ist am Main rum spaziert. Hat Mädels angequatscht. Hat mit denen geredet. Hat geflirtet. Hat gelernt, gelernt, gelernt. Hat sich tausende von Nines abgeholt. Und so hat er eben auch sehr viele Frauen kennengelernt, mit denen er dann Erfahrungen gesammelt hat. Und unter diesen Frauen war dann auch die eine Frau, die er geheiratet hat. Und mit der er jetzt seit über zehn Jahren auch zusammen ist. Und Farbot, kennst du ja. Die hat er kennengelernt. Am Main. Rausgegangen, Mädels angequatscht. Und so hat er sie kennengelernt. Und er musste sich so viele Nines abholen. In diesem modernen Kontext von einer Großstadt gibt es diese Gefahr nicht mehr. Diese Gefahr, dass du ausgestoßen wirst. Die gibt es nicht mehr. Und sobald du einmal, das ist so geil, das sehen wir ja so häufig bei Männern bei uns. Sobald du einmal, ich sag mal, blutgeleckt hast, so auf den Geschmack gekommen bist, wie geil es eigentlich ist, in Freiheit zu leben und mit Frauen links und rechts mal einfach einen kleinen flirtigen Austausch zu gestalten. Ich denke da zum Beispiel an den Geralt oder an den Kevin. Diese Männer, die haben gar keinen Bock mehr darauf, online ihre Zeit mit irgendwelchen Swipereien und Chats zu verschwenden, weil sie einfach gemerkt haben, wie viel Spaß es in Person macht, eine Frau kennenzulernen. Und das Nein macht sie nicht mehr fertig. Das Nein, du hast vorhin ein sehr geiles Zitat gesagt, Dominik, ich möchte das einmal, wie Stromberg, ich zitiere jetzt dich, wie du ein Buch zitiert hast. So, das Zitat war aus dem Buch The Prosperous Coach. Und darin sagt er, das Ja lebt im Land des Neins. Das Ja lebt im Land des Neins. Du musst erst mal durch ganz viele Neins dich durchwarten und ein Gefühl dafür bekommen, wie normal Neins eigentlich sind. Dass ein Nein nicht das Ende deines Tages ist oder deiner Hoffnungen und deiner Träume. Nö, nö, nö. Neins gehören dazu. Du befindest dich in einem Land der Neins und in diesem Land der Neins findest du die Ja's. Und diese Erkenntnis, dass du schon längst in einem Land der Neins bist und dass du dich da auch wohlfühlen darfst, die hilft dir dann, wenn du ein Nein bekommst, das einfach als totale Normalität auch anzusehen. Du kannst es dir antrainieren, dass ein Nein dich tatsächlich nicht mehr fertig macht. So, wie du eine Situation wahrnimmst, das definiert den Rahmen. Das heißt, du fällst hin und du sagst, scheiße, das hat so wehgetan, boah, ich mach das nicht nochmal. Das ist der Rahmen, den du jetzt eingenommen hast. Der Rahmen ist, es tut weh, ich sollte das nicht machen. Du kannst aber auch einen komplett neuen Rahmen selber entscheiden, den du über die Situation stülpst. Wir nennen das dann Reframing. Neu berahmen. Und dieses Reframing ist dann zum Beispiel, dass du nach jedem Nein, nach jedem Schmerz sagst, was war denn an dieser Situation gerade lustig? Oder was war an dieser Situation gerade lehrreich? Und du direkt, das ist eine Gewohnheit, direkt dann das Positive oder das Lustige daran findest. Und das ist eine saugeile Eigenschaft, die du dir kultivieren kannst. Das ist wie Galgenhumor. Dinge gehen schief und du lachst. Du lachst einfach. Und diese Leichtigkeit hilft dir dann, dass es dann eben trotzdem klappt. Nicht vielleicht jetzt bei diesem einen Mal. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber du brauchst ja auch nicht dieses eine Mal, dass es geklappt hat. Denn du bist emotional unabhängig. Und das beweist du dir damit. Damit beweist du, dass du emotional unabhängig bist, indem du es reframe und sagst, das ist okay, nächste Chance, neues Glück. Damit bist du unschlagbar, mein Lieber. Es ist verrückt. Die Männer, die sich mit ihrem Schmerz anfreunden können, die sind unaufhaltbar. Und im Übrigen, wenn du unsere Hilfe dafür in Anspruch nehmen musst, weil ich gerade gesagt habe, du kannst auch alle möglichen Sportarten machen. Du kannst auch bei uns mit extrem wenig Geldeinsatz diese Erfahrungen üben. Die Flirtspezialisten, die gehen bei 47 Euro im Monat los. Das ist unschlagbar, der Preis. Also es gibt wirklich keine Ausrede. Und wenn du es dir wirklich nicht leisten kannst, weil du gerade irgendwie Student bist und du lebst unter deinen Mitteln, gar kein Problem. Dann schreibst du uns eine E-Mail und dann bekommst du das sogar kostenlos. Also es gibt wirklich gar keine Ausrede mehr. Wir können jedem hier helfen, wortwörtlich jedem. Aber es liegt halt auch an dir, dann den Einsatz an den Tag zu legen, zu sagen so, ey, ich habe Bock. Das ist die Truppe, bei der ich was lernen will. Und wenn du es richtig angehen möchtest, wenn du dann den nächsten Schritt gehen willst und du sagst, ich möchte jetzt endlich die richtige finden. Ich möchte Erfahrungen mit Frauen sammeln und entlang des Weges die Frau finden, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Andi, hilf mir dabei. Dann gibt es unser Drei-Monats-Programm. Dann gibt es das 13-Wochen-Programm, die Flirt-Masterclass. Auf das musst du dich bewerben. Und das machen wir, indem wir dich erstmal kennenlernen und genau herausfinden, passt du denn in die Gruppe? Können wir dir denn dabei helfen? Welche Schwierigkeiten hast du? Wo liegt dein Charisma-Potenzial? Welcher Flirt-Typ bist du eigentlich? Und wir dir dann eine sehr akkurate Einschätzung geben können über dein Charisma-Potenzial und die Stärken und Schwächen, die du jetzt schon hast. Und vor allem auch dann dadurch einfach einen Leitfaden hast, wie du effektiv und erfolgreich mit Frauen flirten kannst, die du jetzt schon kennst. Du musst ja nicht mal so krass werden, dass du tausend Neins abholen kannst. So viele unserer Teilnehmer haben in der ersten Woche schon ihre Freundin kennengelernt. Ist crazy. Und hatten davor jahrelang überhaupt keine Dates, keinen Frauenkontakt, waren einfach einsam, total in ihre Arbeit verkopft und haben dann in der ersten Woche schon eine Freundin bekommen. So viele Männer haben bewiesen, dass es nicht darauf ankommt, krass zu sein, groß zu sein, viel Geld zu haben oder sonst was. Sondern, dass das alles schon in dir steckt und mit dem ein oder anderen Impuls auch aus dir wieder herauskommt. Also, wenn du darauf Bock hast, du sagst, nee, 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 ich will nicht ein bisschen üben und ich will das nicht langsam kultivieren, sondern Andi, ich habe Bock auf die Abkürzung, bring mich sofort ans Ziel. Dann bewirb dich zur kostenlosen Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Und den Link findest du, wenn du hier in die Beschreibung gehst, auf www.flirtanalyse.de. Okay, einfach draufklicken, dann findest du noch mehr Informationen, siehst du ein kleines Video, was dir genau beschreibt, wie dieser Prozess aussieht, was dich da erwartet. Und bitteschön, das ist unser Geschenk an dich, an euch, weil wir daran glauben, weil wir daran glauben, dass du, mein Lieber, gut genug bist. Und weil es so viele Frauen gibt, die dich jetzt schon liebhaben könnten und mit denen du jetzt schon glücklich sein könntest, mit denen du jetzt schon eine Beziehung führen könntest. Aber sie wissen nicht, dass es dich gibt. Woody Allen hat gesagt, 60% des Erfolges ist es einfach nur im richtigen Raum zu sein. Du musst erscheinen, du musst aufkreuzen. Wenn du zu Hause bist oder hinter Tinder hockst oder Bumble, dann sieht dich keiner. Du bist versteckt hinter dem Algorithmus, versteckt hinter dem Bildschirm, versteckt hinter deinen vier Wänden. Gesehen zu werden, das dürfen wir aber lernen, Step by Step. Und das darf Spaß machen. Das darf endlich wieder Spaß machen. Das muss nicht so ein Krampf sein. Die Nines dürfen Spaß machen. Alles darf mehr Spaß machen.